Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Measles Base von Spiel X-Rebert. Ja, in der letzten Folge haben wir diese Zone Schachzug der Korsan erkundet und ich habe schon gesagt, hier unten müssten glaube ich noch zwei Zonen sein zum erkunden und ich würde sagen, da fliege ich jetzt einfach mal hin. Wenn ich den halber wieder finde... Ach, hier ist er. Falsch auch nicht. Und, ja, hoch. Erreiche Schachzug der Korsaren. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Ähm, was war das? Ach, das ist eine Einbahnstraße. Ja, toll. Ja. Bitte folgen Sie den Straßenverlauf 100km. Dann folgen wir den Straßenverlauf einfach mal. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hinkommen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hinkommen. Ich glaube schon. Ich habe gar keine Power. Die Schildenergie ist ganz unten. Lädt sich jetzt langsam wieder auf. Ja, da hinten ist was. Schaut aus wie irgendeine Station. Aber zu... Wem gehört die? Das heißt, die Frage. Ist es Freunde, ist es Feinde oder in der Tal? Das sieht cool aus. Oh, auf dem Red da sehe ich... Die ist rot. Also ist böse. Oh, hier schon der erste Fendt. Ähm, ich mache folgendes. Spielstand kurz speichern. Xenon, Jagdstaffel M. 37km entfernt, okay. Ich will es anklicken. Wir wissen, was ich für eine Station da ist. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen näher hin. Ver-Bissener Stahl. Ver-Bissener Stahl, okay. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Äh, äh... Jetzt auch nochmal auf End. Weckstaffel N. 34 Kilometer entfernt. Schießt ihr auf mich zur Station? Nein, nein, nein. Kann ich überhaupt fließen? Xenon Station. 4% erkundet. Ähm... Okay, ich... Ich geh mal wieder. Ich folge einfach mal hier den Highway. Ich müsste irgendwo hingehen. Ich will kurz mal schauen, was hier wir dann im Herbst. Ähm... Okay. Hier unten müsste noch ein Sektor sein. Mindestens einer. Da haben wir, glaube ich, alle erkundet. Was hier, äh... zum Erkunden gibt in dieser Zone. Äh, in dieser... in diesem Sektor. Hier macht er leicht die Kurve der Highway. Aber wo ist der Anfang? Da ist jetzt die Frage. Ah, vielleicht fliegen wir... vielleicht fliegen wir nachher nochmal bei der Xenon Station vorbei. Die hat mir schon richtig cool ausgeschaut. Die hat mir schon richtig cool ausgeschaut. Ich sehe noch einen Stoffel. Eine Station, die wir gar nicht angezeigt haben. Äh... auf der Karte. Wo geht der Highway hin? Erreiche riskantes Geschäft. Riskantes Geschäft. Okay. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Hier ist irgendwo eine Station oder Stationstürme. Hier hört der Highway auf. Äh... Äh... Woher Kurt Fendi angezeigt ist? 11km und... nochmal 11km. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht gesehen. Schauen wir mal ganz schnell, wo hinten draußen es ist. Gut oder böse? Ja, gut. Das ist gut. Wenn die gute ist. Dann kümmern wir uns vielleicht nochmal um die Jagdstaffel. Das Kartell! Die kenne ich noch gar nicht. Verschlag Recycling. Ich sage jetzt gleich mal hier bei der Station. Das Kartell! Die Faktion habe ich noch gar nicht geführt. Habe ich schon alles erkundet? 50% Irgendwo muss nur so viele Zeichen sein. Ah, hier ist es. Sehr schön. Hier wird es sehr entfernt. 54km. Ah. Passt. So. Markt durcheinander bringen. Nehmen Sie an! Ich spreche von einem Ziel, das vom Geschäft entfernt werden muss. Jemand könnte viele Credits machen. Aber nicht, wenn das Ziel wieder auftaucht. Sie verstehen? Ihr System wird gleich die Auftragsdetails haben. Okay, ich sei irgendjemand von der Teladie-Union töten. Das wollen wir nicht, weil sonst sind die hoffentlich böse. Hier wird es bestimmt noch andere Aufgaben geben. Hier ist noch was. Hallo Sir! Werden Sie diese Mission akzeptieren? Oh, schwer. Schützehändler. Ähm. Mal folgendes. Was ist hier? Okay. Ähm. Wo sind meine Fische, äh Schiffe? Ich höre Sie klar und deutlich. Worum geht es? Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Okay. Ich grüße Sie, Sir. Wie kann ich helfen? Wir werden Ihnen folgen, Sir. Okay, wenn ich da sein, dann würde ich sagen, beginne ich das Ganze. Die erste Tutorial macht sich auf den Weg. Schon mal sehr gut. Die zweite wartet noch ein bisschen. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und wenn beide Schiffe hier sind, dann beginne ich diese Eskorte. Also. Ahem. Stimme verliere ich auch schon wieder. Ahem. Also. Bis gleich. So, hi Leute. Willkommen zurück. Ähm. Meine zwei Tutorials. Einmal hier und einmal dort. Sind mittlerweile angekommen. Hat jetzt gute 5 Minuten gedauert. Hallo Sir! Werden Sie diese Mission akzeptieren? Exzellent! Ich vermute, dass Sie ihn nehmen würden. Okay. Soll ich ihn jetzt beschützen? Oh. 30 Kilometer entfernt. Okay. Dann müssen wir zwei Schiffe. Ich grüße Sie, Sir. Wie kann ich helfen? Viel. Die andere Tutorial. Die andere Tutorial. Ich höre Sie klar und deutlich. Worum geht es? Was? Verstanden. Okay. Wo ist der Schiff? Hier ist der Schiff. Soll ich es beschützen? Okay. Soll ich es beschützen? 16 Kilometer. 13 Kilometer. 16 Kilometer. Passt. Meine zwei Tutorials sind eh schon unterwegs. Ich muss einfach bloß in der Nähe bleiben von diesem Schiff. Weil es ja unheimlich schnell ist. Machen wir jetzt zwei Tutorials was. Ich bin mal kurz stehen. Ja, die Massen schlagen. Schauen wir auf dem Weg. Es sind zwar auch nicht gerade die schnellsten, aber... Immerhin. Ich soll dieses Schiff ja beschützen. Ich muss immer möglichst nahe altwert bleiben. Okay, genau zurück. Kurz fliegen mit schneller bis an das Schiff. Ja, aber es ist ja auch nicht so schön. Ja, ich bin einleitend. Ich bin einleitend. Na, kommt der in die Nähe oder nicht? Wenn man noch 15 Kilometer entfernt, gibt's noch nicht. Irgendwann hat die Kräfte an. Fliegt das Schiff vielleicht zu den, äh, zu den Highbill? Ich vermute es fast. Ja, ich beschütze es ja. Was sind die Feinde? Egal. Ich höre Sie klar und deutlich. Ich grüße Sie, Sir. Wie kann ich helfen? Wir werden Ihnen folgen, Sir. Einfach folgen. Aber ich seh schon, dass... wir sind noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ähm... Es bleibt ganz... vielleicht ganz schnell das Schiff, oder wie? Äh, nicht ganz. Ich würde sagen, mal mal einen kurzen Cut. Und sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir mal eine größere Strecke geschafft haben. Also, bis gleich! Wir haben den nächsten Sektor erreicht. Wir sind jetzt im Schachzug der Cousin wieder. Das Raumschiff hat eewig, eine kleine Ewigkeit vor den Sprung-Tor als auf der anderen Seite. Eine Sprung-Tor, äh, vor den... vor den Super-High, vor den Highbill und auf der anderen Seite, äh, quasi geparkt. Ich glaube, fast fünf Minuten auf der Stelle gestanden. Bis endlich mal reingeflogen ist. Ja, und jetzt, äh... fliegt er jetzt ganz langsam... ähm... in diesen Sektor rum. Jetzt hoffe ich, dass es wirklich bald mal irgendwo ankommt, wo sie auch hin will. Wo müssen wir überhaupt hin? Wo ist das Ziel? Wer will es zu dieser Station? Ich beschütze sie auch. Also meine zwei Schiffe müssten auch bald kommen. Eins ist da. Das zweite ist... ist hier. Okay, sind auch bald da. So ausschaut. Brauche ich eigentlich gerade nicht. Weil irgendwie... ist die Version... ziemlich unspektakulär. Ich könnte, glaube ich, auch noch mal Screenshot machen von dem Schiff. Schaut auch cool aus. Vorne so kugelförmig. Hier ist die Albion Schank. Ähm... bisschen wegzoomen. Hier gehts zu. Ähm... 11.12. Mal vielleicht bisschen hinzoomen. Egal. Wo fliegt es hin, das Raumschiff? Es fliegt... Einfach mal in diese Richtung. So schräg. Ist ja nix. Ich fliegt es. Jetzt fliegt es wieder runter. Komisch. Hier wäre eine Station hier drüben. Also Stationstummer zumindest. Jetzt fliegt es wieder rauf. Entscheide dich mal, wo sie hinfliegt. Ich stehe jetzt. Okay, meine anderen zwei Schiffe müssten auch gleich da sein. Jetzt fliege ich mal schnell um. Okay, ein Schiff ist da. Das ist das zweite. Sehr schön. Einfach mal auf Nummer sicher. Die sind zwar ziemlich weit entfernt von mir. Jetzt will ich trotzdem wissen, wo das Raumschiff jetzt hin will. Ich schau mal schnell in... Ähm, wo ist gestanden? Missions-Manager? Benötige der Eskorte. Ja, wohin? Ähm, Anweisung. Da hin, zu der Station. Okay, dann sind wir noch ein bisschen entfernt. Ähm, ich würde sagen, ich mach mal wieder einen Cut. Und wenn wir dann an den nächsten Sektor angekommen sind, dann... Ja, schalte ich wieder hin. Also, bis gleich. Hi Leute, herzlich willkommen zurück. Diese Mission zieht sich in die Länge. Aber richtig. Eine knappe Stunde fliege ich hinter dem Schützgutsraumsschiff von... von Das Kartell hinterher. Und jetzt sind wir endlich am Zielort angekommen. Und jetzt wird das Schiff gleich angedocken. Also, ich hoffe es zumindest. Er fliegt schon mal verdächtig in eine Richtung. Und wir da unten jetzt andocken. Und jetzt müssen wir so bald am Zielort angekommen sein, oder? Können wir noch was erkunden, oder? Nein, raus. Okay. Und? Und? Ziel wird er recht, oder nicht? Ah, jetzt wird er reinfliegen. Okay. Ich glaube es ist nicht endlich Ziel erreicht. So, ich habe schon jetzt einen Green Shot gemacht. Und? Oh. Jetzt geht das Tor zu. Aber jetzt hoffentlich haben wir es erreicht. Jawoll! Das Kartell. Das Kartell. Plus 6. Das schmeißt sehr gut. Wir haben hier noch ein paar Einzelstellen gefunden, die ich auch nicht der Kunden sagt gehabt habe. Ah. Warte, ich habe schon alles. Ne, 55% erst. Okay. Das ist ein bisschen mehr über die Hälfte. Ah, ich habe noch was. Okay. 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 Ich würde jetzt sagen, das war es für diese Folge. Als erstes meine zwei Armschliffe sind dort. Ich gehe dann gleich mal in die Richtung der deutsche Sprungentour. Bleiben wir hier stehen. Ah, die folgen ja schon wieder, sehr gut Und das Asteroid, Vorsicht! Nicht crashen Uiuiui Das ist knapp Achso, falsche Perspektive Keinem Glück gehabt Dann ein Raumschiff Okay, da ist genügend Platz Schon wieder im freien Raum Ich sehe schon, aber hier bei dem da Und das passt Ich werde euch sagen, war's für diese Folge Ich hoffe, ihr stellt das nächste Mal wieder ein Das heißt, let's play xrebird Und dann mit, ja, bisschen mehr Action Wie jetzt Also, macht's gut, bis dann, tschau!